Hallo und willkommen im Planet Lollipop. Das ist der Lolli-Talk und ich bin der Robert Steiner. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema bei uns und zwar um die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Das ist Rad auf Rad unter der Hotline 147. Und als Expertin haben wir von dieser Hotline die Christine zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Christine Piriwe. Ich bin Beraterin bei Rad auf Rad im Notruf für Kinder und Jugendliche. Dort arbeite ich seit 2019, bin am Telefon, am Chat tätig und begleite auch die Peer-to-Peer-Beratung. Schön, dass du da bist. Und wir haben auch weitere Gäste. Bitte stellt euch vor. Hallo, ich heiße Sanuk, ich bin 14 Jahre alt und ja, ich habe zwei Katzen. Und sie hat auch einen Bruder, nämlich mich. Ich bin der Fynn und ich bin 11 Jahre alt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid. Erste Frage, habt ihr ein Handy? Ja. Ja. Habt ihr schon mal eine Notrufnummer gewählt? Aus Versehen. Aus Versehen. Kann auch passieren, ja? Ähm, nein, glaube ich nicht. Oder einmal vielleicht. Aber ist eh besser, wenn es noch nicht passiert ist. Genau darüber reden wir heute. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine große Bitte an euch. Wo auch immer ihr uns zuhört oder zuschaut, wenn euch der LolliTalk gefällt, dann abonniert doch bitte genau diesen Kanal auf der Lieblingsplattform. Entweder einfach bei den Podcasts oder vielleicht noch viel besser auf YouTube. Schaut mal rein. Planet Lollipop. So, und jetzt können wir auch schon richtig loslegen. Ich habe mir überlegt, zum Aufwärmen spielen wir ein kurzes Spiel. Ich habe wieder ein paar Begriffe und jeder sagt, was er ganz spontan, was einem dazu einfällt. Hotline. Schwieriges Wort. Notruf. Ja. Anrufer. Telefon. Ja, genau. Beratung. Berater. Ja. Ähm, wichtig. Ja, genau. Unterstützung. Ähm, Spenden. Geld. Ja, genau darum geht's. Not. Ja, genau. Wichtig. Wichtig. Jetzt müssen wir ganz kurz erklären, warum. Weil Rad auf Draht war ursprünglich eine Idee des ORF oder eine Initiative des ORF. Aus Kostengründen wurde es, glaube ich, an euch, an SOS Kinderdorf abgegeben. Also du bist eigentlich Mitarbeiterin beim SOS Kinderdorf und ihr seid abhängig von Spenden, um auch diese Telefonhotline am Laufen zu erhalten. Habe ich das richtig erkannt? Ganz genau. Hauptsächlich von Spenden. Also insofern war dieser Begriff jetzt mit dabei. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Welche Fragen habt denn ihr an die Christine? Also zum Beispiel, auf welchem Gerät werden die Anrufe angenommen? Auf einem Computer und wir haben alle ein Headset und da heben wir dann ab mit einem Mausklick über ein Telefonsystem. Und das hat wahrscheinlich Gründe, weil ihr den ganzen Tag am Computer oder am Telefon sitzt und so ist es bequemer, als wenn man dauernd den Hörer halten muss, oder? Ganz genau. Man hört es auch viel besser, also man hört auch wirklich, wenn eine Person sehr leise spricht, oft wenn man weint oder traurig ist, das kennt sie vielleicht selber, dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Und wir werden besser gehört. Außerdem können wir dann gleichzeitig im Computer naschen, wenn es um Beratungsstellen geht. Also wenn jemand Hilfe benötigt oder eine weitere Stelle, dann machen wir das gleich parallel und können so noch gut im Gespräch bleiben. Und sind bei Rad auf Draht 24 Stunden lang Menschen, die eben abheben? Ja, wir haben 24 Stunden lang für euch sozusagen ein Ohr und das 365 Tage im Jahr. Aber es sitzt nicht immer die gleiche Person dort, sondern wir wechseln uns ab. Das heißt, es gibt Nachtschichten? Ganz genau, es gibt Nachtdienste. Unglaublich. Eine Notrufnummer, 147. Wir haben vorher gerade diskutiert, woher kommt diese Zahlenkombination und wir glauben, es ist, weil es einfach vom 1er, 4er, 7er gerade runter geht. So könnte man es sich auch leicht merken. Ja, es ist leicht zu merken und es gleich zu sehen. Notrufnummern sind bei uns in Österreich meistens dreistellig. Also Polizei, Feuerwehr, Rettung und eben bei euch 147 auch. Wie oft bekommt ihr jetzt wirklich Anrufe? Ist da stundenlang nichts und dann passiert was oder ist es wirklich im Minutentakt? Manchmal ist es im Minutentakt und manchmal kann es eine Zeit sein, da passiert nichts, aber stundenlang definitiv nicht. Also wir haben bis zu 250 Beratungen pro Tag, wo wir wirklich mit jemandem sprechen, kann man sich vorstellen, da ist ganz schön viel los. Und wer ruft an? Da rufen Kinder und Jugendliche an, so Volksschulalte bis ins junge Erwachsenenalte, so bis Mitte 20 ungefähr. Gibt es da ganz leichte Probleme, die man schnell lösen kann, bis zu ganz schwierigen Problemen oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, da gibt es so Dinge wie mir ist langweilig in den Ferien, ich weiß nicht, was ich tun soll, es dauert schon so lange oder auch wirklich schwierige Themen. Ja, mit den Eltern zu Hause ist es schwierig, vielleicht gibt es da Probleme in der Schule, Streitigkeiten, Angst oder auch Schlafstörungen, wenn jemand etwas sehr beschäftigt und man kann nicht einschlafen, also da ist die ganze Palette dabei. Oder auch einfach Fragen, ja, was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel FreundInnen finden möchte, was kann ich machen, wenn es mir nicht so gut geht, also all diese Themen. Ja, also ist das so, sind das so riesige Telefonzentren und da drinnen ist immer so jemand in einer Box und so, dass niemand von den anderen gestört werden kann? Eine gute Frage, nein, es ist ein Büro und es sind schon so wie kleine Boxen, aber die sind halt nur so halb abgeschlossen und wir sehen einander schon, aber man kann so zufahren zu einem Schreibtisch und dann ist man ein bisschen abgeschottet und man hört auch ein wenig voneinander, wenn nämlich jemand zum Beispiel Hilfe oder Unterstützung braucht. Und wann ist am meisten los, also wann wird am meisten angerufen? Ja, das kommt ganz drauf an, das ist eine schwierige Frage. Manchmal am Wochenende der Nacht, wenn ganz viel los ist, wenn viele Jugendliche auch unterwegs sind oder so zu Zeiten wie Schulbeginn oder Ende der Ferien, Anfang der Ferien, Weihnachten, also da, wo dann meistens viele Gedanken in den Kopf kommen, da ist meistens mehr los, genau. Ich finde das total spannend, dass wir dich heute mal sehen, weil normalerweise hören dich immer nur alle am Telefon. Finden die Kinder schnell Vertrauen zu dir, wenn sie dich anrufen? Und bist du böse, wenn jemand wirklich nur anruft und sagt, was kann ich machen, mir ist langweilig? Überhaupt nicht, also jedes Anliegen ist wichtig, alles muss gehört werden und manchmal kann es einfach auch sein, dass man nicht weiß, mit wem man reden soll oder sich einsam fühlen. Das ist ganz wichtig, dass man zuhört. Ich bin überhaupt nicht böse, man darf auch einfach auflegen. Also wenn man merkt, oi, das funktioniert gar nicht oder die Chemie zwischen uns stimmt nicht, kann es sein, dass ich jemandem unsympathisch bin, dann braucht man mit mir nicht reden. Dann kann man einfach fragen, wann das nächste Mal wieder jemand da ist oder eine andere Person im Dienst. Oft hängt es auch daran, dass ich eine weibliche Person bin und man möchte nicht mit mir sprechen, das ist auch in Ordnung, dann darf man nach einem Kollegen zum Beispiel fragen. Ist es auch so, dass man, also wenn man auflegt und dann nochmal anruft, wenn jemand nicht besetzt ist, kommt man dann trotzdem zugleichen oder ist das einfach zufällig, wer gerade dran ist? Ja, das ist tatsächlich zufällig, genau. Es kann sein, dass man zur selben Person kommt und wenn man das auch möchte, kann man sagen, ich war jetzt gerade bei der Person, ganz kurz schildern, worum es gegangen ist. Wir sind nicht so viele im Dienst, wir sind nicht 100 Leute, das glauben immer viele, wir sind so circa zwei, drei Personen oftmals. Aber weil du ja gesagt hast, dass es immer, also dass es genau gleich sein kann, stellt man sich auch vor als Anrufsbeantworter? Wie meinst du? Also so sagen, ja okay, das ist mein Name und so, dass man auch weiß, dass ich bei dem und dem Kollegen war. Ach so, nein. Also es ist alles anonym, wir stellen uns auch nicht vor und die andere Person auch nicht. Man kann ungefähr sagen, ich habe gerade über die Schule gesprochen, da war eine Kollegin im Apparat und wenn wir dann nur zwei, drei Personen sind, dann fragen wir einfach kurz nach. Ja. Aber das ist, finde ich, schon ein ganz interessantes Thema. Es rufen ja viele Kinder mit richtig heftigen Problemen bei euch an. Das heißt, die brauchen auch keine Angst haben, dass ihr die Kinder irgendwo verratet oder gleich jemandem Bescheid sagt, den Eltern, der Polizei oder so, sondern ihr habt einfach ein offenes Ohr. Ganz genau, das machen wir nicht. Also bei uns kann man wirklich mit jeder Thematik anrufen, gerade wenn man viel Angst hat, ist es wichtig, dass man nicht alleine damit bleibt. Und natürlich, wenn eine Gefahrensituation ist, dann würden wir jetzt nicht jemanden holen und es nicht sagen, sondern sagen wir, schau, dann müssen wir jetzt zum Beispiel jemanden holen, also wenn es ganz gefährlich ist. Aber das macht ihr dann gemeinsam am Telefon jeweils mit dem betroffenen Kind. Und ihr versucht gemeinsam eine Lösung zu finden, oder? Ganz genau. Also das lasse ich auch immer übrig, da sage ich immer, möchtest du, dass ich anrufe und du hörst zu, zum Beispiel beim Notruf, wenn es die Polizei braucht oder möchtest du selber reden, was braucht es gerade. Ich bleibe auch oft einfach mal drinnen. Es ist zum Beispiel so, dass manchmal Kinder anrufen, die Kinder- und Jugendhilfe als Unterstützung benötigen, aber da Angst haben und da vermitteln wir und bleiben drinnen und reden miteinander. Das heißt, Konferenzschaltung ist möglich? Ganz genau. Wow, nicht schlecht. Ja. Aber sind diese Anrufe so kurz oder gibt es auch viele Büros in Wien oder in Österreich generell? Es gibt eines. Ja. Und wie meinst du, ob die Anrufe kurz sind, von der Dauer, oder? Ja, weil es sind ja nur zwei oder drei Leute manchmal. Ja. Und dann geht es ja auch manchmal nicht aus von der Größe. Du meinst, weil dann viele warten. Genau. Ja, manchmal wartet man schon eine Weile, das stimmt, aber sobald man drinnen ist in der Warteschleife, hat man einen Platz. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also nicht immer wieder anrufen nach ein paar Minuten. Und die Gespräche dauern so im Schnitt circa 20 bis 40 Minuten. Was ja schon lange ist. Ja, also wenn es um ein richtiges Problem geht, um so eine Beratungssituation, wir dürfen uns aber nicht vorstellen, dass jedes Gespräch so lange dauert, weil sonst würden ja alle sechs Stunden warten. Oft sind Gespräche, die sind in fünf bis zehn Minuten erledigt. Also so muss man das auch sehen. Die meisten sind eher kurz. Und dann die wenigen, die lang sind, die dauern ja ein bisschen zu ihrer Zeit. Das stimmt. Vielleicht noch eine ganz wichtige Frage. Brauche ich vom Handy, vom Festnetz eine Vorwahl vor die 147? Nein, brauche ich nicht. Einfach nur 147 und man ist bei euch? Genau. Wunderbar, oder? Cool. Wir machen gleich ein Chat-Spiel, also unbedingt dranbleiben. Lollitalk wird präsentiert von Planet Lollipop. Schau doch auch mal vorbei, ob im Atrio Villach, Fischerpark Wiener Neustadt, Murpark Graz, Weberzeile Ried, Varina-Vöcklerbruck, Q19 Wien oder Huma 11 Wien. Alle Infos zu der Kindererlebniswelt voller Action-Kreativität und den besten Geburtstagspartys gibt es auch im Internet, www.planet-lollipop.at. So und wie versprochen geht es jetzt weiter mit dem Schätzspiel beim Lollitalk. Ihr habt schon eure Tafeln, eure Kreide und eure Schwämmchen parat. Die erste Frage, was glaubt ihr? Ich glaube, du hast es vielleicht schon erwähnt, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, wie viele Beratungsgespräche gibt es pro Tag bei Rataufgaben? Die Anouk hat aufgepasst. Ist nichts. 100? Schau mal, was deine Schwester schreibt. 250, stimmt das? Ne, ja, im Schnitt. Ist stimmt. Ich habe nichts aufgepasst. Hast du gut gemacht, Anouk. Gratuliere. Gut, hier kommt die nächste Frage. Die wisst ihr wahrscheinlich nicht. Ich weiß es, weil ich war, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Wie viele Jahre gibt es schon Rad auf Draht? Da kommt gleich eine Zusatzfrage dazu. 25, nicht schlecht, ja? Finn sagt 25, 40. Es liegt in der Mitte. 36 wird es jetzt. 36 Jahre, 35, nicht schlecht, oder? Nein, oder? Nein. Und da können wir jetzt gleich was erklären dazu. Wir drei haben uns nämlich gefragt, warum heißt es Rad auf Draht? Weil ja früher, die Telefone, die hatten einen Hörer und eine Schnur. Das war so dieser Draht sozusagen, da hat man abgehoben und deswegen der Rad auf Draht. Oder man hat auch gesagt, der heiße Draht sozusagen. Telefon war damals verdrahtet. Heute würde man es wie nennen? Rad auf Mobilfunk. Rad auf Mobilfunk, genau. Aber ihr werdet es nicht umnennen. Ich kann es mitnehmen, wieso nicht? Das ist ja eine gute Überlegung. Rein sicher nicht mehr. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Stimmt. Okay, ein Rätsel habe ich noch. Was glaubt ihr, wie viele Ratsuchende gibt es im Jahr bei Rad auf Draht? Jetzt müsste man die Tage hochrechnen. Also unterschiedliche? Ja, unterschiedliche. Und ich muss auch dazu sagen, es ist wirklich eine geschätzte Zahl, weil ganz genau, glaube ich, kann man das nicht sagen. Und wahrscheinlich ist es auch unterschiedlich. Es wird ja nicht jeden Tag 250 Anrufe geben. Was ich mit der Frage eigentlich bezwecke, ist zu zeigen, wie sinnvoll diese Hotline eigentlich ist. Ich muss es schöner machen. Ja, mach es schöner, Finn. Anouk? 50.000. Ja. Was schreibt der Finn? 40.000. Bisher hat du sogar 60.000 uns letztes Jahr. Ich habe hier in starken Jahren 100.000. Ja. Kann sein, oder? Das kann schon sein. Also es wird definitiv gebraucht. Ist eine stolze Geschichte. Vielen Dank. Damit dürft ihr die Schifffahrtafeln wieder weglegen. Habt ihr gut gemacht, Anouk und Finn. Großartig. Danke. Habt ihr noch irgendwas, was euch am Herzen liegt, was ihr unbedingt von der Christine wissen wollt? Nein, gerade nicht. Weil wir haben viele Fragen von Kindern zugeschickt bekommen und die würden wir jetzt gerne auch hier ins Gespräch einbringen. Ich darf euch bitten, jeder zwei Kärtchen zu ziehen und die Fragen der anderen Kinder vorzulesen. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Christine die Antwort weiß. Ist mein Anruf anonym? Ja, der Anruf ist anonym. Also es ist so, dass du gar nichts über dich bekannt geben musst, weder dein Alter, noch dein Namen, noch wo du wohnst. Manchmal ist es hilfreich, ungefähr zu wissen, damit wir dich unterstützen können. Aber du kannst das bekannt geben oder preisgeben, was du magst. Wie viel kostet dein Anruf bei Rat auf Draht? Der ist kostenlos, der kostet gar nichts. Das ist auch wichtig, dass wir das mal gesagt haben. Super. Wie lautet die Nummer von Rat auf Draht? 1, 4, 7. Ich glaube, jetzt haben wir es oft genug gesagt und hoffentlich merkt sich jeder. Dann komme ich gleich mit meiner Frage. Welche ist die beste Uhrzeit, um bei 1, 4, 7 anzurufen? Das ist schwer zu sagen. Also so wie ich es vorhin schon gesagt habe, oft ist ganz viel los am Abend, dann wieder nicht, dann in der Früh. Einfach mal probieren. Einfach mal probieren und dranbleiben. Und wenn man dann, man hört am Anfang, da reden zwei miteinander so, jetzt bist du durchgekommen, Rad auf Draht. Und sobald jemand sagt, Rad auf Draht, hallo, ist eine Beraterin am Telefon. Das sagen wir alle immer gleich. Okay. Wann sollte ich mir Hilfe bei 1, 4, 7 suchen? Wenn du das Gefühl hast, dass du mit keiner anderen Person darüber reden kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir schwerfällt, darüber zu reden. Oder wenn du einfach mal einen Rat brauchst, weil du dir denkst, ich weiß das gerade nicht, ich brauche die Info. Also kannst du immer anrufen, wenn es etwas gibt. Also ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart beim Lolli Talk. Und wenn ihr eine Hilfe mal braucht, ruft einfach mal an, 1, 4, 7, bei Rad auf Draht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Lolli Talk. Ah, eine Bitte habe ich noch. Wenn ihr auch mal hier sitzen wollt und mitreden wollt beim Lolli Talk, dann meldet euch doch ganz einfach am besten mit einem Bewerbungsvideo und schickt es an uns an info at planet-lollitalk.at. Ich würde es freuen.